12. Dezember, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sagen Halbzeit mit dem Olo-Clip, einem Objektiv 3 zu 1 System, Fischauge, Weitwinkel und Makro. Ein kleiner Aufsatz, der mir zu iPhone 4, 4S-Zeiten schon extrem viel Freude bereitet hat, den ich öfters verwendet habe, weil er so ein bisschen andere Perspektiven in die ohnehin schon gute iPhone-Kamera zaubert. Wer beispielsweise viel Video macht, wird sich am Fischauge begeistern. Weitwinkel bringt halt bei Gebäudeaufnahmen, bei Naturaufnahmen ein bisschen mehr Perspektive, nicht wahr? Ist weiterhin super verarbeitet, wie die Vorgängerversion, lässt sich leicht anbringen. Man braucht irgendwie kein komisches Werkzeug, sondern es hängt sich einfach über die hinterseitige Kamera und bedient dann jede Software, die auf die iPhone-Kamera zugreift. Das ist die Version fürs iPhone 5, die hoffentlich auch bald nach Deutschland kommt. Aktuell kostet es so um die 70, 80 Euro und ist definitiv einen Blick wert. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.